Hey Leute und zwar möchte ich nochmal kurz zum Minecraft Loop Projekt was ansprechen und zwar ist mir jetzt in letzter Zeit etwas ein bisschen zu hören gekommen, ja dass Leute auf den Server hacken und Leute ich möchte gerne dass ihr damit aufhört oder irgendwelche Scheiße baut denn ich werde jetzt demnächst ein paar Plugins einfügen dafür, dass man erst gar nicht mehr hacken kann und ja, wenn das dann weiter gehen sollte, dass du immer noch hacken oder irgendwas dann bin ich leider gezwungen dieses Projekt auf Eis zu legen, dann war es das halt deswegen würde ich an eurer Stelle lieber aufhören ich werde auch jeden einzelnen, den ich irgendwie beim hacken oder sowas erwische die Mods haben mir das nämlich auch schon gesagt den werde ich komplett vom Server bannen, der wird auch gar nicht mehr drauf spielen hat er sich selber zuzuschreiben, was er dort gemacht hat aber ich möchte auch nicht jeden gleich verurteilen deswegen, die Leute kriegen von mir noch eine zweite Chance dann irgendwann beim anderen Projekt aber darüber will ich jetzt erstmal noch gar nicht reden ich möchte halt nur über diese scheiß Hacker reden die sagen sich extra, nur weil sie irgendwie jetzt meint ja, ich hab jetzt nicht genug Gears oder sowas oder so X-Ray sich zu machen oder keine Ahnung ich flicke jetzt erstmal einen Flyhack zu machen Leute, das lohnt sich gar nicht ich verstehe gar nicht, wozu ihr so eine Scheiße braucht Minecraft ist so easy, dass man so einen Kack gar nicht machen muss und deswegen verstehe ich das auch nicht deswegen verpasse ich den Leuten dann einfach ein Bann und fertig das ist auch deswegen ein ernsteres Video, weil ich darauf keinen Bock mehr habe ganz einfach und wenn ihr das nicht akzeptiert oder so dann, ja, tschüss, macht's gut Leute ist mir auch egal da komme ich auch schon nochmal gleich zum Punkt die ganzen Leute, die jetzt mein Projekt unbedingt mitmachen wollen die kommen auch nur angeschissen abonnieren mich auf YouTube also manche Leute, nicht alle kommen auf YouTube angeschissen ja, ich will mein Projekt mitmachen ja, klatschen die mir ein Abo rein und wenn die sie dann irgendwann nicht weg mitmachen ja, hau ich mal ab oder so, weißt du das ist einfach unnötig so was von manchen Leuten und das kann ich auch gar nicht verstehen wieso ich versuche mein Bestes jedem mitmachen zu lassen und ja, wenn ihr das nicht akzeptiert eure Schuld, schreibt es euch selbst zu selber Schuld und ja, das war's auch, mehr will ich dazu auch nicht sagen das Video kommt jetzt gleich mal gucken, ob ich dann wöchentlich ein Vlog noch mache ich denke, ich mache so ein kurzes Video zu Hamburg und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Leute ich werde jetzt auch gleich noch streamen falls ihr das Video jetzt noch kriegt wir sehen uns hoffentlich gleich also macht's gut Leute, tschüss wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns